Wir kommen damit zum Tagesordnungspunkt 10, Fortschreibung des Radverkehrskonzepts der Landeshauptstadt Dresden, ein Antrag Fraktion Freie Wähler. Herr Nitsche bringt ihn ein. Sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister, Herr Oberbürgermeister, meine Damen und Herren, wenn ich jetzt den Antrag einbringe, beziehe ich mich auf den Beschluss und die Beschlussempfehlung, also den Ausschussbericht des Ausschusses für Stadtentwicklung, Bau, Verkehr und Liegenschaften. Ich möchte mit einem Zitat oder mit zwei Zitaten beginnen. Das erste ist, wir haben heute unheimlich viel von Vertrauen in die Verwaltung gehört, von vielen Seiten. Dann ein Zitat, der Elbradweg ist ein Paradebeispiel, am kleinen Schachwitzer Ufer ist der sehr breit, ein Miteinander von Fuß- und Radverkehr eigentlich also kein Problem. Meine Damen und Herren, das stimmt, das ist kein Problem. Eigentlich, wenn man vorher ordentlich informiert und wenn man sich mit allen Beteiligten zusammensetzt, mit allen Beteiligten, die sich ganz individuell fortbewegen. Wir Freien Wähler, wir sind für Individualität im Verkehr. Wir sind dafür, dass jeder Verkehrsteilnehmer sich frei bewegen kann, egal mit welchem Verkehrsmittel. Wir sind auch gegen Spalterei. Uns ist es wichtig, dass Verkehrskonzepte existieren und dass sie umgesetzt werden. Das gilt auch für das Radverkehrskonzept. Und wir wollen, dass Maßnahmen klug und durchdacht umgesetzt werden und dass über sie informiert wird, rechtzeitig, bevor sie stattfinden. Und wir wollen erreichen, dass jährlich Informationen an die Ortschaftsräte, an die Stadtbezirksbeiräte und natürlich auch an den Stadtrat gehen, um vorher zu wissen, welche Maßnahmen durchgeführt werden, um dem Informationsbedürfnis der Dresdner nachzukommen. Das ist uns wichtig. Das ist Bestandteil dieser Vorlage. Ich möchte noch ein Zitat anfügen. Danach werde ich dann auch sagen, wenn ich hier zitiert habe. Insgesamt brauchen wir mehr Sachlichkeit beim Thema Radverkehr, Elbradweg und Fahrradstraßen. Gerade der Elbradweg, den jeder kennt und auf dem jeder öfters unterwegs ist, benötigt kluge, durchstachte Lösungen für den wachsenden Radverkehr, die auf jedem Abschnitt auch anders aussehen können. Anfeindungen oder gegenseitige Beschimpfungen helfen da nicht weiter. Betont Gesa Dickert vom ADFC Dresden. Wir wollen nicht, dass man sich gegenseitig anschimpft, die bösen Autofahrer, die bösen Fahrradfahrer, die Kampfradler, die Stinker in ihren riesen Karren. Nein, wir wollen, dass man vorher informiert und dass alle bei Entscheidungen, gerade im Radverkehr, mitgenommen werden. Deswegen bitten wir um Zustimmung zu unserem Antrag. Vielen Dank für die Einbringung. Nächste Fraktion, CDU-Fraktion, Herr Böhm. Sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister und liebe Kolleginnen und Kollegen, eigentlich hätte ich ja hier gleich vornbleiben können, so oft wie ich ja heute schon vorstand. Ich bin ein bisschen erstaunt jetzt, was der Kollege Nitsche sagt. Eigentlich ging der Antrag aus meiner Sicht ein Stück in eine andere Richtung. Wir hatten auch schon mal überlegt, das Radverkehrskonzept zu evaluieren oder vorzuschreiben. Das war eigentlich der Grund nur seines Antrags oder des Antrags der Freien Wähler. Wir haben uns dann doch von der Verwaltung erklären lassen, dass Radverkehrsplaner nur eins können, entweder das Radverkehrskonzept evaluieren oder fortschreiben oder eben neue Maßnahmen zu planen. Und daraufhin haben wir dann da verzichtet. Das konnten wir den Freien Wählern auch in der Ausschussbereitung beibringen. Hinzu käme der lange Gremienlauf, der da gekommen wäre durch alle Ortschaften und Stadtbezugsbeiräte. Das ist sicherlich nicht machbar. Jetzt ist der ganze Antrag letztendlich in Richtung einer Berichterstattung. Dem können wir zustimmen, dem federführenden Ausschussbericht, weil wir glauben, es ist ein vertretbarer Aufwand, dass die Ortschaften und die Stadtbezugsbeiräte über laufende Maßnahmen informiert werden, damit eben nicht solche Sachen wie am kleinen Schachwitzer Ufer passieren, wo die Leute vor vollendete Tatsachen gestellt werden und zunächst erstmal gar nicht wissen, was passiert, wo nicht mal die Stadtbezugsbeiräte und nicht mal der Vorsteher weiß, was da passieren soll. Wir glauben, dass es auch ein Usus eigentlich ist, dass Stadträte informiert werden sollten, wie der Stand des Radverkehrskonzeptes ist. Das sollte jedes Jahr passieren. Es ist mir eigentlich ein bisschen unverständlich, dass dieser Punkt teilweise im Ausschuss abgelehnt wurde, weil das ist doch eigentlich ein Thema, was uns alle interessieren sollte. Danke. Vielen Dank. Bündnis 90 Grünen, Frau Korsen. Sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen. In diesem Antrag geht es darum, dass über den Umsetzungsstand des Radverkehrskonzeptes berichtet werden soll. Tatsächlich, das Radverkehrskonzept wurde im Jahr 2017 beschlossen und schon 2018 wurde zum ersten Mal in einer Präsentation vorgestellt, was im Radverkehrskonzept geplant ist, welche Maßnahmen in der Umsetzung sind, welche bereits 2018 umgesetzt worden sind und welche 2018 noch umgesetzt werden sollten. Es wurde berichtet, es wurde berichtet, welche Untersuchungen durchgeführt worden sind zur Umsetzung des Radverkehrskonzeptes. Es wurde berichtet, wie es im Radverkehrskonzept vorgesehen ist, welche Öffentlichkeitsmaßnahmen durchgeführt worden sind, wie zum Beispiel Mobilitätskampagne, Multimobilitätskampagne oder das Stadtradeln und weitere. Es wurde Bilanz gezogen, was im Radverkehrskonzept geplant ist und was umgesetzt worden ist. Und diese Präsentation gibt es seitdem jedes Jahr mindestens einmal. Das hat unser erster Baubürgermeister, Herr Raul Schmidt-Lamonten, begonnen und Stefan Kühn, unser jetziger Baubürgermeister für Bau und Verkehr, führt das fort. Auch dieses Jahr haben wir wieder einen ausführlichen, sehr langen Bericht, eine sehr lange Präsentation dazu bekommen. Das heißt, dieser Punkt wird eigentlich bereits, nein, wird nicht eigentlich, wird tatsächlich vollumfänglich bereits erfüllt. Trotzdem können wir dem Antrag zustimmen in diesem Punkt, denn es ist kein größerer Aufwand nötig, es zu machen. Es wird ja bereits gemacht. Was neu ist, ist der zweite Punkt im Antrag, nämlich die Vorstellung in Ortschaftsräten und Stadtbezirksbeiräten. Das halten wir auch für sinnvoll, denn erfahren die dort direkt noch mal vor Ort, welche Maßnahmen geplant und in Umsetzung sind und deshalb werden wir diesem Punkt auch zustimmen. Wir haben im Ausschuss auch einen Teil des Antragens, des ursprünglichen Antrages zugestimmt, gestrichen und da möchte ich Sie, Herr Erster Bürgermeister, ich möchte Sie darauf hinweisen, dass im Ausschuss eben dieser, im zweiten Punkt ein Teil gestrichen worden ist, dass dabei aber offensichtlich die letzten zwei Sätze, nein, die letzten drei Zeilen nicht mitgestrichen worden sind, und die sich auf diesen gestrichenen Punkt beziehen. Das sollte noch, ich beantrage hiermit, dass dieser Teil auch gestrichen wird. Das sind die letzten drei Zeilen. Das ist insofern ein Änderungsantrag, den Sie einbringen, dass Sie im Ausschussbericht den noch nicht gestrichenen Teil aufstreichen. Die allerletzten drei Zeilen sind, genau. Vielen Dank. Vielen Dank. AfD-Fraktion, kein Redebedarf, Fraktion Die Linke, SPD, FDP, Dissidenten, haben wir nicht sonst noch. Dann würde ich zunächst im Abstimmungs... Ein Schlusswort noch, Herr Nitscher. Okay, gern. Ich würde das gleich mal hier machen. Ich habe nämlich eine Frage, weil ich habe das jetzt anders verstanden. Wenn wir, so wie von mir beantragt, über den Ausschussbericht abstimmen, gibt es nur einen Punkt. Also können wir nicht den ersten Punkt, den Sie angesprochen haben, drin lassen, denn es gibt nur einen Punkt. Und in diesem einen Punkt, denke ich, der ja im Ausschuss doch mit einer sehr deutlichen Mehrheit Zustimmung bekommen hat, wollen Sie die Sachen streichen, die noch enthalten sind. Mit anderen Worten, Sie wollen zustimmen, wollen aber keinen Inhalt haben. Meine Damen und Herren, ich glaube, das ist der falsche Weg. Wir sollten den Punkt, der im Ausschuss Zustimmung bekommen hat, nämlich elf Stimmen, den sollten wir auch drin lassen. vielleicht bevor wir jetzt in die Abstimmung treten, wenn Frau Kaspari noch mal genau vorträgt, was geändert wird, Herr Engel kann das auch, Herr Engel kann das auch, okay? Also es ist so, wir haben ja zwei, der Antrag hatte ursprünglich zwei Punkte, davon ist im Kern der zweite verblieben, in reduzierter Form. Und dann gab es aber noch einen Nachtext, der lautete, die Überarbeitung und Anpassung soll zügig und mit dem Ziel einer beschleunigten Umsetzung von Maßnahmen erfolgen, die möglichst vielen Nutzern im Alltag das Radfahren in Dresden erleichtern. Da wir aber laut Ausschussbericht das Radverkehrskonzept nicht überarbeiten, ergibt auch dieser Nachsatz einfach keinen Sinn, sondern es wäre dann praktisch nur noch der reduzierte zweite Beschlusspunkt, der dann erhalten bliebe. Das war so im Antrag enthalten und das wurde offenbar nicht mitgestrichen. Und das sollte man jetzt streichen, weil ansonsten irritiert das, glaube ich, einfach nur. Gut, dann rufe ich zunächst diesen Änderungsantrag, wie er gerade noch mal erläutert hat, Worten ist auf und bitte Sie um Ihr Handzeichen, wenn Sie dem so zustimmen. Gegenstimmen? Enthaltungen? Das ist bei 30 Ja-Stimmen, 21 Nein-Stimmen, 11 Enthaltungen so bestätigt. Und ich rufe den so geänderten federführenden Ausschussbericht zur Abstimmung. Bitte Sie um Ihr Handzeichen, wenn Sie dem zustimmen. Gegenstimmen? Gegenstimmen? Enthaltungen? Dies ist bei 45 Ja-Stimmen ohne Gegenstimmen bei sechs Enthaltungen so bestätigt. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.